Good morning, das hier ist mein Lernoutfit für die Realität. Die Hose hier, also diese, nennen wir das Shorts, ist von H&M und das Titel ist von REVIEW, das ist von Philipp. Das habe ich mir heute einfach mal ausgeliehen. Genau und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder hier seid. Heute gibt es ein reines Study with me. Ich fange mit euch heute ein neues Deutschschild an. Ich persönlich habe von diesen, ich habe noch nie irgendwas gehört, Argumentationslehre heißt das. Ich muss das noch machen, ich mache viele Dinge immer durcheinander, also ich gehe nicht nach der ILS-Reihenfolge, sondern nach der, wie es mir gerade passt. Naja, auf jeden Fall fangen wir damit heute mal an. Ich nehme euch dabei mit. Ich habe das 2020 mal gemacht, es kam richtig gut an und viele wollten es öfter sehen, aber irgendwie habe ich es nie wieder gemacht, sondern ich habe euch immer nur Brocken hingeworfen, wo das in den Vlog integriert und das soll heute nicht sein. Wir haben jetzt 9.20 Uhr, also hier, 9.20 Uhr. Normalerweise, ich richte mich dann immer so nach dem, wann ich in der Bib anfange, fange ich in der Bibliothek auch erst um 10 an und dann meistens so bis um 5. Das sind 7 Stunden, natürlich mache ich dann auch noch Mittagspause von ungefähr 20 bis 30 Minuten und zwischenzeitlich 3 mal Trinkpause, so 5 Minuten, vielleicht 2 bis 3 mal Trinkpause. Und das war es eigentlich auch schon, also ein Vollzeit-Lerntag quasi. Falls ihr mich noch nicht kennt und nicht versteht, was ich hier mache, ich mache mein Abi bei ILS nach, also extern, online und das auch jetzt seit 2020 schon. Und ja, ich nehme euch hier so ein bisschen auf meinem Weg mit, aber ich habe schon lange nicht mehr wirklich krass darüber erzählt, deswegen wollte ich das heute einfach mal wieder machen. Und ich will auch nochmal dazu sagen, egal wie alt ihr seid, egal was andere Leute sagen, wenn ihr euer Abitur nachholen wollt oder wenn ihr nochmal studieren wollt oder wenn es irgendwas da draußen gibt, was ihr unbedingt noch machen wollt, dann macht das. Ich weiß, wie unfassbar beängstigend das sein kann, wenn Leute anfangen zu sagen, du bist zu alt und das ist lächerlich und dann überlegt man so und denkt sich, ist man wirklich zu alt, ist das wirklich alles so, wie Leute sagen und sollte ich das jetzt vielleicht doch nicht machen und das ist total blöd. Am Ende zählt einfach nur, dass ihr glücklich seid und dass ihr das gemacht habt, was euch erfüllt. Und ich habe einfach 2020 beschlossen, dass ich mein Abitur nachholen möchte. Man bekommt dann nämlich auch oft die Sprüche in den Kopf geknallt, dass man zu dumm ist und dass man das auf den dritten Anlauf jetzt nicht mal schaffen würde, aber da müsst ihr drüber stehen. Lasst die Leute einfach reden, glaubt mir. Ich weiß nicht, was manche Leute da reden haben, aber egal. So, wir machen jetzt oder wir fangen jetzt mal zusammen an. Das erste, was ich mache, ist meine Forest App anzumachen. Ich zeige euch das mal anders. Das ist diese hier. Die habe ich euch schon sehr, sehr oft gezeigt. Die kostet für Apple, glaube ich, einmalig Geld, für Android weiß ich es nicht. Und ihr könnt hier, um die euch mal zu erklären, Bäume pflanzen. Also das motiviert mich zumindest immer, keine Ahnung warum. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel so einen kleinen Wald aufbauen. Meine Monatsübersicht sieht ziemlich leer aus, muss ich ehrlich sagen. Ich habe die App teilweise sehr, sehr oft vergessen. Genau. Aber ihr könnt euch dann immer angucken, wie viele Bäume ihr schon gepflanzt habt. Was ich richtig cool finde, ihr könnt hier tatsächlich auch echte Bäume pflanzen. Ich habe auch einen schon gepflanzt hier. Da braucht ihr halt 2500 Münzen und die könnt ihr sammeln, indem ihr eben diese Bäume hier pflanzt. Dafür bekommt ihr immer Münzen. Genau. Ich mache für die erste Lernsession 60 Minuten. Das ist eine Stunde und dann mache ich eine kleine Pause. Und bevor ich das starte, erkläre ich euch noch kurz was. In Deutsch ist es super wichtig, dass ihr die Inhaltsverzeichnisse und den Lerninhalt oder diese Lernziele lest. Das gibt es in jedem ILS-Heft. Es ist sowas von wichtig, weil man da genau die ganzen Informationen draus suchen kann, wie ich muss Bücher kaufen, ich muss das und das machen, ich muss mich auf das und das vorbereiten, das und das kommt dran, das sind die Ziele in diesem Heft. Und dann ist es auch wichtig, dass ihr die Texte nicht einfach überfliegt und euch denkt, yo, ist gut und brauche ich nicht. Sondern geht da wirklich rein und versucht sie zu verstehen. Versucht sie euch selber wiederzugeben und fragt euch, habe ich den Text richtig verstanden oder habe ich ihn nicht richtig verstanden. Und noch eine Sache überspringt nicht die Selbstüberprüfungs- oder Selbstüberprüfungsaufgaben. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Nicht gut, Freunde. Wirklich nicht gut. Ich bin recht, ich bin recht, ich bin recht. Ich bin recht, ich bin recht. Und dann muss ich in den Texte nicht überrasch, Hier bin ich achtet. Ich bin recht erinnert. Ich bin recht und du immer nach die Abenteuung. Esienen sie nicht so schnell zu machen. Ich bin recht gut dafür. Ich bin recht, ich bin recht. Es ist einher Joel. Ich bin recht, wenn wir in den Texte nicht übernommen. Und das ist, aber das ist nichts, Wir haben jetzt 45 Minuten später, ich habe jetzt erstmal die Selbstüberprüfungsaufgabe gemacht, die lief so, okay, jetzt habe ich auch noch was ausgeschrieben zum Thema Erörterungen, weil es eben aufeinander aufbaut, so wie das in dem Text geschrieben wurde, aber ich muss jetzt ein paar Sachen ausdrucken und ich habe hier bei uns in der Wohnung keinen Drucker, weswegen ich jetzt zu meiner Mutter fahren werde und dass ich jetzt nicht die ganze Zeit hin und her fahre, habe ich mir gerade überlegt, nehme ich einfach alles mit und lerne dann bei ihr, also deswegen gibt es gleich einen Ortswechsel und die Stunde vom Lernen ist noch nicht ganz rum, deswegen mache ich jetzt noch sieben Minuten gerade weiter und dann nutze ich eben die Pause, um schnell zu meiner Mom zu fahren. Das passt mir heute auch übrigens ganz gut, werde ich dann bei ihr essen und ab Mittwoch kann ich dann endlich zu Hause in Ruhe weiter lernen, außer ich brauche ein Drucker. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Fragestellung ist gut, musst du mit Begründung? Schaut mal, es ist schon wieder fast eine Stunde. Oh Mann, ich bin gerade mal auf Seite 20. Deutschhafte sind wirklich anspruchsvoll und ich versuche, dass alles so gut es geht, eben ja, rauszuschreiben und zu verstehen, damit ich am Ende halt auch eine realistische Note bekomme. Und zwar gibt es in diesem Heft jetzt ein Argumentationsschema von einer Person und das Ganze werde ich jetzt versuchen zu googeln und mir Informationen rauszusuchen. Das ist eigentlich ganz praktisch, ich habe hier nämlich gerade meinen Laptop auf und da ist mein Campus, also online auf, wo ich das Heft nochmal auf digitaler Weise habe. Und jetzt habe ich hier mein iMac, wo ich eben genau das jetzt googeln kann. Und ich schaue tatsächlich meistens Videos dazu. Oh, sowas liebe ich, sowas, oh mein Gott, ich verstehe es teilweise überhaupt nicht, weil das einfach so verzwickt geschrieben ist und erkläre es einfach so einem einfachen Beispiel. Eine Stunde ist rum. Jetzt haben wir so einen Busch gepflanzt oder Baum, wie man es nennen will. Jetzt zeige ich euch mal, wie es gerade aussieht. So sieht es heute aus. Pflanzen wir. Pflanzen wir heute mal, nehmen wir, nehmen wir das hier. Genau. Wir sind bei Kapitel 3 mittlerweile angekommen. Wir haben halb eins. Ich werde jetzt Mittagspause machen. Ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem. Und dann geht es weiter. So, Mittagspause ist vorbei. Wir haben 1.17 Uhr und ich mache jetzt hier noch kurz weiter. Und dann fahre ich zurück in unsere Wohnung. Aber auf dem Rückweg hole ich noch schnell einen Tortenboden beim Bäcker, weil wir nochmal Erdbeerkuchen machen wollen. Wir hatten ja gestern, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, wir waren Erdbeer pflücken. Und es hat richtig Spaß gemacht. Aber wir haben jetzt so viele Erdbeeren. Das haben wir gestern schon einen Erdbeerkuchen gebacken. Und Philipp hat einfach drei Viertel des Kuchens schon leer gegessen. Und ich finde den so lecker, dass ich den heute nochmal machen will, weil wir eh noch Erdbeeren übrig haben. Aber das erstmal jetzt dazu. Und ich bin jetzt, wie gesagt, immer noch bei Kapitel 3. Und das fangen wir jetzt mal zusammen an. Weitere 25 Minuten sind um. Es ist jetzt kurz nach zwei. Noch ein Paket angekommen. Das wollte ich mit euch einmal öffnen. Aus der großen eine kleine. Schaut mal, was angekommen ist. Ich habe nochmal Gläser bestellt. Die sind unten so ein bisschen breiter als oben und halt so richtig dünn. Ich finde, das ist eigentlich ganz schön. Und jetzt, wo wir die Küche bekommen, kann ich die dann auch alle demnächst einräumen. Und ich habe direkt mal die neuen Gläser eingeweiht. Und die richtig schön. Ich muss mich jetzt leider an der Stelle schon von euch verabschieden. Denn ich muss das Video schneiden. Das ist leider so ein bisschen der Nachteil an so spontanen Videos. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Dieser kleine Einblick für Deutschhafte brauche ich, ja, habe ich ja schon öfter gesagt. Ich weiß nicht, ob es hier schon mal gesagt hat, aber meistens so eine Woche. Weil die einfach sehr komplex sind und ich das nicht einfach, wie gesagt, alles überfliegen möchte. Deswegen werdet ihr das wahrscheinlich die Woche auch noch öfter sehen, sollte ich euch nochmal am Lernen mitnehmen. Aber die Woche stehen ja noch andere Projekte an, wie Küche kommen, also nicht Deko-Shopping, sondern Küchen-Shopping und Küche einräumen, Küche sauber machen, Küche sortieren, einen einsortieren, Kühlschrank etc. Und wenn wir bei Ikea sind, dann will ich definitiv auch nochmal nach einem neuen Sideboard oder irgendwie nach so einer Kommode gucken, was noch hier in die Ecke kann. Ja, also die Woche passiert auf jeden Fall einiges und dann ist die Wohnung fast fertig. Dann müssen wir nur gucken, ob wir vielleicht noch den Balkon ein bisschen auf Vordermann bringen, aber das habt ihr dann alles Zeit. Und genau, ich werde jetzt meinen Kaffee trinken, schneiden und wir sehen uns hoffentlich am Mittwoch wieder. Ciao!